Hi, ich mag mal kurz Hallo sagen. Ja, und ich mag mal kurz dir eine Frage stellen. Und zwar, ich möchte dich fragen, hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, wie du eigentlich auf diese Dinge antwortest, die dir jeden Tag so geschehen, was du jeden Tag so erlebst, was eigentlich deine innere Haltung zu diesen Dingen ist? Weil das macht deine Selbstverantwortung aus. Und es gibt dann immer zwei Möglichkeiten. Wir können entweder so auf die Dinge antworten, das heißt mit unseren Gefühlen und Gedanken, auf eine Art und Weise auf die Dinge reagieren, wie es sich für uns gut anfühlt, wie es sich für uns leicht anfühlt und wie wir gut mit der Situation umgehen können und positiv uns dabei fühlen. Oder wir können auf eine Art und Weise reagieren, wie wir uns damit eher runterziehen, damit eher negativ fühlen, wenn wir uns über die Dinge ärgern oder irgendetwas negativ bewerten, was uns geschieht, dann machen wir uns das Leben eher schwer. Ja, genau. Und meine Frage an dich ist so, wie viel passiert dir so am Tag, wo du es dir schwer machst und wie viel passiert dir am Tag, wo du es dir selber leicht machst? Ja, also du kannst da mal drauf achten. Und ich würde mich total gerne über eine Antwort in den Kommentaren freuen. Ja, weil für mich ist es wichtig, mal die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, dass immer mehr Leichtigkeit ins Leben kommt. Ja, und ich habe auch eine Gruppe, in denen ich die Menschen begleite und Impulse gebe, dass sie wirklich mit viel mehr Leichtigkeit ihren Alltag leben können, ihr Leben leben können, mit viel mehr Selbstliebe, mit viel mehr Annahme. Und ja, wenn du Lust hast, kannst du auch gerne dazukommen und dir Impulse abholen. Also, alles Liebe und bis bald wieder. Ciao.